Luzide Träume sind Träume, in denen man sich bewusst ist, dass man träumt und in denen man oft Kontrolle über das Traumgeschehen hat, was ebenfalls positive Erlebnisse fördern kann. Luzid kommt vom lateinischen Wort lucidus, was hell, klar oder leuchtend bedeutet. Ein luzider Traum ist also ein klarer oder bewusster Traum, in dem der Träume sich darüber im Klaren ist, dass er träumt. Dieses Video zeigt die Seele luzider Träume. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020